Die Stimmung beim TSV 1860 München, die ist aktuell wirklich gut. Und die Hoffnung, dass es wieder klappt mit dem Sprung eine Liga höher in den Bundesliga-Fußball, die ist noch umso größer. Aktuell stehen die Löwen oben in der Tabelle. Die Konkurrenz, die schläft allerdings nicht. Mitte Dezember, am 15. Spieltag, standen die Löwen zuletzt auf keinem Aufstiegs- oder Relegationsplatz. Jetzt, am 23. Spieltag, mussten die Sechziger weichen und haben für Hansa Rostock Platz gemacht. Allerdings nicht, weil sie am Wochenende verloren haben. Der TSV konnte gar nicht erst spielen. Wegen des zugefrorenen Bodens beim Gegner VfB Lübeck, die keine Rasenheizung haben, wurde das Spiel abgesagt. Das Verletzungsrisiko ist für die Spieler zu groß. Am 23. Spieltag haben tatsächlich nur fünf Mannschaften in der Liga alle 23 Spiele auch absolviert. Viele Duelle mussten wegen positiver Corona-Fälle abgesagt oder, wie auch das Spiel der Löwen am Wochenende, witterungsbedingt verschoben werden. Trotz der Widrigkeiten steht der TSV 1860 aktuell gut da. Platz vier mit einem Punkt Rückstand auf den Tabellendritten. Allerdings haben die Rostocker auch ein Spiel weniger als die Löwen. Vor allem in der Offensive läuft es. 42 Tore in 22 Spielen sprechen für sich. Das mit Abstand beste Torverhältnis ist den Sechzgern damit auch sicher. Jetzt bin ich mit dem Sportgeschäftsführer des TSV 1860 verbunden, Günter Gorenze. Schön, Sie bei uns in der Sendung begrüßen zu dürfen. Servus, hallo in die Runde. Ja, wir haben gerade schon ein bisschen so die Eckdaten gesehen, wie der TSV 1860 München aktuell dasteht. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Situation? Wenn man sich dann die Tabelle genauer ansieht, wir haben jetzt von den Mannschaften, die ja 22 Spiele absolviert haben, am meisten Tore geschossen, haben am wenigsten Tore bekommen. Wissen aber auch, dass die Tabelle noch die eine oder andere Verzerrung drinnen hat. Es gibt Mannschaften, wie gesagt, die Corona-bedingt aufgrund von Spielabsagen oder wetterbedingt noch weniger Spiele gespielt haben. Und von dem her können wir die Tabelle sehr, sehr gut interpretieren. Fühlt uns aber in der Herangehensweise jetzt sicherlich am Platz und außerhalb des Platzes bestätigt. Weil nach 22 Spieltagen hat die Tabelle sicherlich eine Aussagekraft. Definitiv. Sie haben es gerade auch schon angesprochen. Es gibt eben nicht nur die Corona-bedingten Absagen, sondern jetzt auch das Spiel am Wochenende wurde eben witterungsbedingt abgesagt. Der Spielplan ist sowieso schon sehr eng getaktet. Und wie sehen Sie das als Verantwortlicher? Wie sehr kann man das der Mannschaft auch zumuten, dann wirklich so viele auch englische Wochen zu haben? Nein, ich denke, dass es sicherlich umsetzbar ist. Also wie gesagt, ich habe mich schon mit Mannschaften gearbeitet, wo du regelmäßig über drei, vier Monate englische Runden durchspielst, wenn du international vertreten bist oder mit Nationalteamspielern arbeitest. Das heißt, von dem her sind alles Vollprofi, sind alle top athletisch vorbereitet jetzt über Monate. Und von dem her ist das sicherlich machbar und umsetzbar. Und wenn jetzt so wie in Lübeck ganz einfach die Witterverhältnisse ein Spiel nicht zulassen, ein reguläres, dann musst du das so zur Kenntnis nehmen, musst du das Beste aus der Situation machen. Und da ist dann sicherlich die Gesundheit der Spieler im Vordergrund. Sie haben es schon angesprochen. Die Löwen können eigentlich zufrieden sein. Nach 22, 23 Spieltagen sind damit schon auch nochmal diese Aufstiegsambitionen untermauert. Ich glaube, dass es Mannschaften gibt, die mit dem klaren Ziel, ganz einfach um den Aufstieg mitzuspielen, in die Saison gegangen sind. Und die auch weitaus mehr Mittel zur Verfügung haben und in der Mannschaft drinnen haben, wie wir momentan. Also wir haben einen Etat, einen Personaletat, der sich irgendwo im Mitteldrittel bewegt und haben die gleichen Mittel zur Verfügung wie in den ersten zwei Drittligaspielzeiten. Das heißt, von dem her versuchen wir hier sehr effektiv und effizient mit unseren Mitteln umzugehen. Und da gibt es sicherlich Mannschaften, die mit einer klaren Ambition ganz einfach aufzusteigen ins Rennen gegangen sind. Aber wir wollen das Züngeln einer Waage spielen, das Berühmte. Und da wollen hier ganz einfach jetzt als nächsten Schritt noch mehr Konstanz ganz einfach in gewisse Prozesse hineinbekommen. Und dann wird man sehen, wir schauen von Woche zu Woche, was am Ende des Tages dann rumkommt. Konstanz ist da vielleicht auch das Stichwort. Jetzt gab es die Niederlage gegen Zwickau, gegen Meppen. Da haben Sie auch selber gesagt, da hat man eigentlich zwei Punkte liegen lassen und nicht einen gewonnen. Wie sehr ärgern Sie dann auch wirklich ja diese Punktverluste? Naja, klar eckert man sich, das ist das eine. Aber es geht ganz einfach darum, konstruktiv mit diesen Dingen umzugehen. Und der nächste Schritt ist jetzt genau, ganz einfach solche Spiele auf unsere Seite zu ziehen. Es ist so, dass wir gegen Meppen viele Umschaltchancen gehabt haben, gerade nach dem Führungstreffer. Und die musst du ganz einfach dann final besser fertig spielen, zu Ende spielen und das 2 zu 0 machen. Beziehungsweise dann musst du es auch schaffen, am Ende des Tages das Ding final besser zu Ende zu verteidigen. Und dann gehst du ganz einfach mit einem, ganz einfach unter Anführungszeichen, einem erkämpften 1 zu 0 ganz einfach aus dem Spiel hinaus. Gegen Magdeburg haben wir dann ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Haben eine sehr, sehr gute Balance in allen Bereichen im Spiel gehabt. Waren sehr effizient, sehr effektiv. Und jetzt im letzten Spiel gegen Zwickau ganz einfach, ja, haben wir uns wieder auch um den Lohn einer guten ersten Halbzeit gebracht. Aber das sind genau diese nächsten Lernprozesse, die die Mannschaft gehen wird. Und ich habe vollstes Vertrauen in das Trainerteam, in Michael Kölner, in die gesamte Mannschaft, in unsere Spieler, dass wir diesen nächsten Schritt gehen werden. Und das ist entscheidend, wenn du final dann bis zum letzten Spieltag das Züngel in der Waage spielen willst. Man sieht definitiv die positive Entwicklung. Sie haben es eben gesagt, die Konstanz ist manchmal noch nicht ganz da. Daran wird aber gearbeitet. Die Planungen für die kommende Saison starten deswegen ja auch schon. Hand aufs Herz, planen Sie eher mit Liga 2 oder mit Liga 3? Das läuft parallel. Das heißt, es wäre jetzt fahrlässig zu sagen, ich plane jetzt nur mit dem Aufstieg oder ich plane ganz einfach mit dem Drittliga-Szenario. Diese Planungen laufen parallel ab. Und eines ist klar, dass natürlich die Mannschaft, die jetzt ganz einfach hier den Bestandskader bildet, auch das Gründgerüst dann in beiden Fällen bilden wird. Das heißt, egal wie das dann am Ende der Saison dann ausgehen wird, ob wir ganz einfach den finalen Schritt schaffen werden oder nächstes Jahr wieder in der dritten Liga vertreten sein werden, der Bestandskader wird ganz einfach das Gerüst der Mannschaft bilden. Und im Aufstiegsfall würde dann die Mannschaft ganz gezielt auf der einen oder anderen Position noch verstärkt werden. Das heißt, von dem her laufen die Planungen hier parallel ab und werden Woche für Woche verfeinert und gehen Woche für Woche weiter ins Detail. Das heißt, vorbereitet sein auf beide Fälle. Wenn es doch, ich meine gerade bei den Löwen-Fans sind natürlich die Aufstiegsambitionen immer relativ schnell, relativ groß. Wenn es mit dem Aufstieg dann klappt in Liga 2, da geht es dann auch um wirklich viel Geld. Ich glaube bis zu 12 Millionen an TV-Geldern, die dann auch ausgeschüttet werden. Was würde das wirtschaftlich für den Verein auch bedeuten? Ja, entscheidend ist, dass wir hier wirtschaftliche Stabilität hineinbekommen. Und das haben wir ganz einfach in den letzten Monaten sicherlich geschafft. Man muss da ganz einfach einmal herausstreichen, dass wir 11.000 Dauerkarten-Geisterspieltickets verkauft haben. Das ist natürlich sensationell in Zeiten wie diesen. Und auch kaum jetzt auch Fans, die einfach Tickets zurückgefordert haben oder Dauerkarten zurückgefordert haben. Das ist einmal eine Riesenbasis und das zeigt ganz einfach die enge Verbundenheit der Fans, der Fangemeinde, mit der Mannschaft, mit dem gesamten Verein. Dann haben wir hier eine sehr, sehr gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Gesellschaften, mit den Gesellschaften, die gerade in Zeiten der Pandemie ganz, ganz wichtig ist. Und die Basis bildet. Und wir haben ja einen starken Sponsorpool und mit der Bayerischen, mit unserem Hauptsponsor natürlich auch, die ein beispielloses Engagement haben. Das heißt, die sind sicherlich von ihrem Engagement top momentan in der dritten Liga, haben viele weitere Sponsoren dazugewinnen können. Es ist uns ganz einfach gelungen, mit der sportlichen Euphorie jetzt das gesamte Umfeld auch mitzunehmen. Und dass es entscheidet, um in Zeiten der Pandemie hier eine sportliche, aber vor allen Dingen auch wirtschaftliche Stabilität in den Verein hineinzubekommen. Das heißt, es sind ganz viele verschiedene Gruppen und Aspekte, die da mit reinspielen. In der Vergangenheit, da war es auch öfter mal ein bisschen lauter, gerade um den Investor Ismaik. Jetzt hört man in letzter Zeit relativ wenig von ihm. Wie ist denn das Verhältnis? Also ich nehme hier eine sehr, sehr konstruktive Zusammenarbeit wahr und eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit auch zwischen den Gesellschaftern. Und das ist sicherlich auch die Basis für die momentane Entwicklung. Und für mich, ich nehme das sehr, sehr konstruktiv wahr, habe es immer als sehr, sehr konstruktiv wahrgenommen, dass es vielleicht im einen oder anderen Aspekt einmal ja unterschiedliche Meinungen gibt. Das ist ja normal in jedem Geschäftsleben. Das gibt es in jedem Fußballverein, das gibt es in jedem Unternehmen. Aber eines ist klar, alle haben das Ziel, beide Gesellschafter, alle Beteiligten das Ziel, ganz einfach maximalen sportlichen Erfolg. Und ja, diesem Ziel ordnen sich momentan alle unter. Herr Gorenzel, zum Abschluss, was ist Ihr Wunschtabellenplatz am Ende der Saison? Also ich konzentriere mich weniger auf das Wünschen, sondern mehr ganz einfach, dass wir Woche für Woche diese Entwicklungsschritte konsequent gehen, die ich schon aufgezählt habe. Da gilt es ganz einfach, noch besser mit Führungen umzugehen, noch konsequenter Überzahlsituationen zu Ende zu spielen, noch konsequenter auch im einen oder anderen Spiel auf Veränderungen im Spiel vielleicht auch des Gegners zu reagieren. An diesen Prozessen arbeiten wir akribisch. Das gesamte Trainerteam, Michael Kölner, und ich habe vollstes Vertrauen in die Mannschaft, dass wir diese nächsten Schritte gehen werden und dass wir es schaffen werden, bis zum Schluss das Züngling an der Waage zu spielen. Das wäre mein Wunsch. Und das ist sicherlich ein sehr, sehr guter Ansatz. Herr Gorenzel, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und weiterhin erfolgreiches Arbeiten. Gerne, danke, tschüss. Vielen Dank.